... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Gezogen ziehen, ne? Ein Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Ach, vielleicht schon dort! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Ein paar Vanille-Faul-Bets! Wir müssen Verhandlungen aufnehmen! Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrüst! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Dich sind Feindlinge! Verreichter! Verzahler! Ah. Dann sollt ihr Armee bekehrt machen! Armee macht sie noch! Das war's. Sie haben nichts Unrechtes getan. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen.